Ich bin Spongebob, Julian ist Zaddeus, Ronja ist Sandy Cheeks und das ist Tobst. Das ist Tobst. Jedenfalls Leute, heute ist wahrscheinlich die letzte Folge für die erste. Ich weiß, wie ich schon oft gesagt, vielleicht ist es auch nicht wirklich die letzte Folge, aber... Du lügst einfach. Ja, nö, für die nächste Zeit zumindest. Ja! Und ich dachte... Ey, Prudy, du musst aufpassen, aufpassen, Ronja, Ronja, Ronja. Ich dachte, wir spielen einfach mal wieder die Schule-Map, weil die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das war die erste Map hier überhaupt, deswegen ein bisschen hier so... Wir haben überhaupt nicht oft gespielt. Ich weiß mittlerweile nicht, was ich aufgebracht habe, aber es nicht, weil... Wir haben im Gefühl doppelt so viele Folgen bei Ronja und bei Tobst gemacht, das bei mir auf dem Kanal. Also... Ja, und du hast gesagt, dass ich will das nicht aufnehmen, das bugt immer. Ja. Erstens stimmt das nicht, zweitens ist Monke Wolf ein tolles Projekt, wo sich die Map jetzt wirklich auch viel Mühe gegeben hat. Es soll nicht mal bugt, aber das ist... Es regnet. Oh, man regnet es. Wieso? Jetzt, äh, Out of Dingens, es sollt's regnen, oder? Nö. Wolf ist einfach verpackt, ich kämp's zu. Wolf funktioniert einfach gar nicht mehr. Okay, ist das so? Ja, aber nur ein bisschen, okay? Ähm... Wo wir schon mal dabei sind. Ich kann euch mal alle Secrets zeigen, die wahrscheinlich noch nicht kannte, die Minecraft-Wolf. Unter anderem... Alle Secrets. Wenn man hier hinter die Sporentelle geht, gibt's hier nämlich einen Hotspot für Kisten, ja? Also nennen wir das im Pro-Gebiet. Einen Hotspot. Einen Wifi-Hotspot. Richtig, genau. Einen... Hier ist nämlich ganz viele Kisten, wo man ultra nice alles farmen kann, und dann ist man richtig prepped, ja? Da sagt man, es ist übersetzt im Englischen prepared, aber abgekürzt geprapped, ja? Das ist so ein Pro-Begriff, ja? Gebräbt. 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 Warte mir leid, ich kann sie nicht verstehen. Ich hab gepupst. Das Tupst ist kein Geheimnis, was ihr wisst. Wenn ihr die Plüste haben wollt, hier Schoppel und Kausel, komm, die warten auf euch hier. Die sind schon ganz einsam und alleine, und warten darauf, dass ich endlich hier mal vorbeischaut. Äh... Aus ihr habt schon ernst. Ja, bei mir zu Hause. Ja, bei mir zu Hause. Ja, bei mir zu Hause. Ja. Schmeiß euch damit ab. Ich denk's ja, ich mache Schlüssel für euch hier. Er lädt euch auf dem Eis ein. Auf ein... Wow, hey, du, ey. Er kauft jetzt hier eine Endartelle. Es gibt hier noch ein weiteres Secret. Das hat mir Tupst gezeigt. Wir müssen hier nämlich sich hochschießen in der Sporthalle. Oh nein, ich hab gefehlt. Ja, es war ein Weapon Case. Ähm, wo, Sporthalle? Da stirbst du? Oder? Crash? Oh, ich hab's geschafft! Oh, ich hab mir gedacht Crash. Hier ist ein... Oh mein Gott, ja. Hier kann man nämlich raus. Hier ist ein Barat Brack, kann mich runterfallen. Wo bist du denn? Wenn wir das Jump'n'Run machen. Ja, aber Ronja bitte nicht töten, ja? Ach, ist das Jump'n'Run? Ich würde dich doch niemals töten. Ich würde dich doch niemals töten. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, Ronja. Okay, okay, okay. Hat der noch einen Ruby für mich? Ich brauch' noch einen Ruby, Leute. Ich brauch' noch einen Ruby, Leute. Ich brauch' noch einen Run in der Schule drin. Hat jemand praktisch Taktos zu spielen? Hat der noch einen Ruby? Hat der noch einen Ruby? Einen einzigen? Ja, ja, warte. Hier. Nice. Interessant. Ähm. Was glaubst du dir? Ich hätt' grad jemand angerufen. Ja. Hey, was wär' denn? Deine Mutter? Tobias! Er ist gewesen! Oh nein. Das ist ja so ein Grund, warum hier nicht mehr mein Goolf bringen. Achso. Ich geh jetzt so an, Lassen. Aber ist jetzt alles richtig gut. Ich geh in die Küche. Ich geh in die Küche. doch hier hat mich geschlagen und hat mich geschlagen heißt es etwa das ronja da war ich mal so zu sagen ich wollte doch sage ich war da bin ich ich habe ich weiß gar nicht so wie ich über wolf bin ich weiß nicht wo ich ja ich hab zu uns geschlagen ich kann das zeigen es gibt auch traktor es gibt ja was denn wir sind im schwimmbad und ich bin ein tester und der ich habe einen tester ich werde das nicht ich auch nicht ich habe einen diagschwert bist du gerade noch mit steinschwert herumgrenzen was ist denn ein showdown machen vielleicht im finalen showdown in der schule ach wirklich ja ok las finalen showdown 1v1 eine minute pool eine minute eine minute minute eine hat sonst noch jemand hunger wenn jetzt jemand hunger hat dann schreibt jemand her steckung an den städt in den städt wo ist zeit ich bin im klassen hat den chatten kopf ich bin im schwimmbad ja wo seid ihr ich hab hunger eine minute würde ich nur sagen eine minute wo ist julian ich bin blind und sehe nichts wo bist du ich bin blind und sehe nichts bist du am spawn ja fast ich bin blind und sehe nichts alles klar neuer golf neuer golf kein äh kein dolf neuer golf oh mein gott rudolf oh lol ich bin jodler jubel und ich bin Leute Tops wir haben uns jetzt wir haben uns jetzt hör doch auf Tops wir haben uns jetzt darauf geeinigt dass wir Vanillaball spüren ok ich blöde den shopper doch gar nicht mehr ich auch nicht 3 so riesig ey warte mal ganz ruhig hör mir kurz zu diese eine falltür im musikrahmen ist das safe oder ist das eine falle oder ist das eine falle oder es ist safe es ist safe ich spring rein ich spring rein ich spring rein ok es ist wirklich safe es ist safe oder ah du gehst mich du ah ich hasse dich du schaden weißt du also also au wer ist das juli hat mich geschlagen juli ist der böse er wird eingesperrt hinter Gitter ich fühl der böse wie ist das bei euch eigentlich ich bin doch böse unmöglich ich hab kein interpille benutzt ich hilf fassen sorry 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 ok challenge ihr dürft nichts mehr aus dem shop kaufen Leute Leute keine shop sachen mehr kaufen will mir was gegen dich hat Ronja ja ich glaub boah das ist ein persönlicher Hass der hat das so reingeprogrammiert weißt du ja weil wir letztens aufgenommen haben bei mir und ich dann gesagt hab hier schimmel ist buggy da hat er danach extra was ne ähm Leute ja was denn wo mehr oh nein oh nein ich bin gefangen oder ich bin gefangen ich bin gefangen ey ich hab ich glaub ich hab ein neues secret wo wo ist zubs ey kenn die schon den den ruby rock ich kille zubs ich kille zubs ne ich war grad hinter Ronja ich kille zubs hallo Ronja hallo ich weiß nicht der ist ein Kuchen der die mehr Leben gibt echt hä The cake is alive the cake is alive dort wo du grad vorhin warst hinter dem Pool äh beim Pool der Kuchen lügt weißt du wo das war? bei dem Kloß nein bevor du und da mit der Natur beim letzten Naturbereich äh vor dem Pool ich war das ich hab mich grad teleportiert da kannst du ganz an der Rand ok ich hab mir zu checken sehen das ist richtig schwer zu erklären äh ich weiß muss langsamer reden ist ihr schon auf den Fall dass ihr in Kisten euch rein gehen könnt? ja ne das andere ist ein Schwein ne Ronja oh Leute man kann ich hier ok dann war man ich bin nicht gefangen hab ich recht Ronja eh nö wenn man langsam genug redet dann verstehst du es auch wenn man schnell genug redet dann äh wenn man schnell genug redet dann äh Spaghetti ok im Mund Mom Spaghetti Mom Spaghetti Spaghetti dann verhasen sich deine Zunge so wie bei Spaghetti wo seid ihr denn jetzt? ich würd gern meine Schulzeit hier ich bin auch im Schwimmbad hä ich bin in der Schule hä ich schau jetzt den Mädchen bereit ich bin mit Bart schwimmen nö ich bin oben im Schwimmbad auch oben da bist du ne randomizer uuuuuh ne randomizer weißt du euch das sicher zeigen? ja ok musst du mitkommen oh mein Gott aber ich brauch's auch du kriegst mehr Leben dadurch warte ich kann kein randomizer kaufen ist wahrscheinlich ein bisschen komischer ok aber vertrau mir komm mal mit ok kannst du hier hinkommen? aha ne warte mal das war falsch hier warst du ja gell hier hast du meine Kiste übrigens geklaut das werd ich nochmal hin äh aufmerken dann gehst du hier lang war nichts drin übrigens dann machst du hier auf und hier geht's aber runter oh pfff ja kannst du das Ding und jetzt muss ich die randomizer dann kriegst du Bonus Leben ich hab mir randomizer eben geholt wie esse ich denn die Kuchen? hey du hast ihn nicht gegessen mit der Rechtskick achso oh lol ja ja tops lecker lecker für Kuchen ja was denn ahhhh ey voll voll geil secret was ist Tofu? haben wir jetzt ein secret gefunden hier eigentlich? ja 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 ich mach mir Sorgen weil ich hab Angst ich bin nicht der Wahre ey hätt ich dich ich hätt dich locker gekillt schon in die Kamera ne das machst du oft hallo Onja hab ich mir schon auf hallo Tops was Onja die Witze läuft nicht so mit meinem Gehirn Onja guck mal hier ich hab die Schmerzer für dich oh ich bin jetzt mal Chris bin ich schuld ja ok ich komme ja ich hab sie überlebt nein ich bin nicht oder ich hab sie aufgefallen Jonas du bist so mies weißt du das du bist absolut mies Julian sie hat der Tops auch schon mal runter geworfen ey ich bin ein Jodler ey warte wir müssen aufverbringen warte ich puste Ich habe gar nichts. Wer von euch lebt jetzt noch? Ich. Ich lebe noch. Okay. Der Tom ist gerade runtergeschwister, weil ich gehen wollte. Nein, der Tom ist gestorben. Das ist voll geklappt. Oder? So funktioniert das doch irgendwie. Warte mal. Ich bin gerade in der Küche übrigens, weil ich jemand mit mir ein bisschen hängen will hier. Ich will nicht mit dir hängen. Ich glaube nämlich, du bist der Wolf. Bin ich nicht. Ich habe mal zu zählen. Ich habe zu jetzt nie. Ich brauche jetzt mal den Dings hier. Ich fehlerbleibe jetzt, Tobes. Tobes macht es ready. Tobes fragt mir mit Slash Tell, ich will, dass du aus einer Socke trinkst. I, Tobes? Wer macht das? Tobes? Es gibt die komischen, es gibt so, wie heißt das? Einen Schuhi. Ey, was ist das? Warum bist du so lesbinder? Oder was meinst du, Ronja? Oh mein Gott. Diese, was die Australier machen mit diesen Schuhi. Ja, einen Schuhi, meinst du? Ich bin in der Kiste und ich kriege Schaden, aber ich komme nicht her. Ja, ich habe einen Herzen. Ja, ich habe einen Herzen. Bleibst du froh. Ich bin in der Wand, wieso passiert das? Schaut bei den anderen beiden vorbei. Wenn ihr mehr Wolf sehen wollt, bei der Onion-Tobes. Drei. 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 Drei